Reverse Crunch Legen Sie sich auf den Rücken, heben Sie Kopf und Schultern an, der Nacken bleibt dabei aber entspannt. Winkeln Sie die Beine an und heben Sie sie an. Halten Sie Ihren Rücken bewegungslos, spannen Sie die Bauchmuskeln an und bewegen Sie die Knie so weit wie möglich in Richtung Brust. Zurück zur Ausgangsposition.